Willkommen zurück bei Subnautica. Sammeln wir noch so ein bisschen Metallschrott, um dann jede Menge Titanen zu haben. Ja. Oh, schrott. Oh. 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 Das habe ich noch nicht gescannt. Okay. Oh. 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 Können wir gleich noch erforschen. Oh, wie hab ich das da liegen lassen? Oh, du legst einfach mal ein PDA, was ich liegen lassen hab. Ich hab das Kapsel 6. Hören wir uns das doch mal an. Ich hab das Kapsel 6. Ma'am, ich brauche Sie zu bleiben. Wir sind nicht in der Gegenwart. Wo sind die Teamen? Die Aurora nicht. Also, wo sind die Teamen? Sie sind tot, Ma'am. Wir haben Koordinatoren rendezvous, aber die Routen sind verraten. Also, was sollst du machen? Ich bin Head von Human Resources. Ma'am, das ist nicht meine Expertise. Aber die PDA sagt, wenn wir etwas Leid finden, können wir Radiation-Soupes machen. Oh, da! Ich setze mich nicht aus diesem Lebenspot ohne die richtige Schutz. Nehmt sich nicht. Ich gehe. Entschuldigung, erhöhte Baktereien im Wasser. Ein Selbst-Scan ist angekündigt. Was, schon wieder? Mich selbst-Scan? Äh, ja. Ich wollte zu meiner Basis nicht. Eieiei. So weit bin ich weggeschwommen. Ich sollte mit Ihnen leben. Diener. Diener. Da. Das ist ja klein. Ja, das war. Ich werde mit Ihnen rechnen. Am I mit Michael Krippen. Alter, hab ich mir jetzt erschreckt. Nein, ich hab's weggeworfen. Hallo? Nicht immer wegwerfen. Ich hab's weggeworfen. 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 Genau. Geht's da nicht hin? Weil da schon alles voll ist. Natürlich. Ich hab's weggeworfen. Ich hab's weggeworfen. Nicht irgendwie direkt aneinanderbinden. Warum geht das jetzt nicht? Ach, weil wahrscheinlich von drinnen irgendwas davor steht. Was ist hier? Warum röpst der mich an? Oh, doch geht's. Huch! Huch! Warum ist es hier so dunkel geworden? Äh? Was? Das ist echt noch verstärkt werden So, dafür brauche ich die Tarn Ey, gibt euch die Tarn dabei? Ach, Lithium brauche ich auch noch Jetzt lassen wir uns schon wieder volllaufen Ja, aber die Hülle ist doch noch ganz Oder weil er es jetzt weil Weil der Zyklob dagegen gerammt ist So, das ist ein Element, das ist ein Element Oh Nicht schlecht Kann ich das Salz reintun? Nee So, was brauche ich denn jetzt noch so zum Überleben Wir könnten einen Kernreaktor bauen, aber Gefährlich Kupfererz 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 So, was brauche ich jetzt alles In Krebs Stahlwaren Aerogel Zweimal immer jedes Glas Oh, Emilitis Glas Entschuldigung, brauche ich dafür erstmal Quarz Da haben wir Quarz Ey, noch Pierschatzsehne Oh 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 Was? Zu wenig Strom mit Zübernacht oder wie? Achso, ja. Keine Energie macht ja Sinn. Was brauch ich denn, wenn ich einen Reaktor war? Toll, geht an und wird gleich wieder aus. Kompostiert doch gar nichts, Material, Synergie. Kabelsatz, Titan und Schmierstoff. Habe ich noch Schmierstoff irgendwo? Wir werden erstmal Titan hier verarbeiten. Äh, keine Energie. Nehmen wir noch keine Energie. Ah. Ah, hier ist Micromanagement. Ich habe hier schon voll drauf. So, Schmierstoff habe ich. So, was brauche ich jetzt noch? Ein Kabelsatz. Ach, den Kabelsatz macht man ja wieder aus. Äh, hier. Silber. Oh. Das habe ich vergessen. Und Silber habe ich ja nur einmal. Genau. Nach Silber konnte man ja, glaube ich, nicht direkt scannen. Festgeglitscht. UndHubat, bever. Ist das? Ja. Ja. Das ist gut. Ich weiß nicht, was das sein soll, was da leuchtet. Achso, okay. Ne, wir brauchen auf jeden Fall Silber. Da führt kein Weg dran vorbei. Ne, brauche ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal alles da rein. Völlig auch. Vitalsigns stabilisieren. Ne. Ja, ich nehme noch eine Flasche Wasser mit oder zwei. Klingt ja alles nix. So, soweit ich weiß, gibt es Silber nur in Höhlen. Na, ich werde dann auch jetzt mal die Folge wenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir hier auf die Suche nach Silberhärz. Sag ich, vielen Dank für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Subnautica. Tschüss.